Da stecken Energien, die noch nicht alle freigelegt sind. Zur Stelle, Herr Oberst. Häftlich! Eine Waffe, Frau. Einen Doppelkorn. Trinken wir. Trinken wir auf den Geist, dem dieses Gebäude dienen wird. Auf den Geist militärischer Erinnerung. Ein hoher Gast, zieh dich schnell an. Aber Herr Minister, die Uniform. Da hing sie, ordengeschmückt. Mein Achter wird ein General. Opposition, was ist das? Haben wir die Mehrheit oder haben wir sie nicht? Wir haben sie. Na also. Unsere Familie hat noch keiner widerstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020